Da habe ich schon aus den Katakomben gehört, wie laut das hier oben ist. Und dem Spreng konnte ich mich noch freuen auf den Kopf. Dankeschön! Vielen Dank! Da sind wir jedenfalls mit. Wir machen abschieben ein Video und wir mögen uns zu sehen. Letzte Sache noch. Danke, Herr Schnelles-Fan, Thomas Rissen, Raphael Villegener, Holger Petersen und dann meine Trainer, Kovin Jebo, Paul Rekomian. Da sind wir auch alle Leute für mich gekommen. Vielen Dank! Wir danken dir. Vielen Dank! Und, äh, ich wollte nur noch was zugegeben, die Weste bleibt heute sauber. Selbstkämpfe!